willkommen freunde zurück bei dragon age wir müssen jetzt mal gucken wo wir eigentlich hin müssen weil irgendwie hier waren wir ich gehe noch mal hierhin zurück weil hier kommen wir noch nimmst wohin hier waren wir überall naja das hier ist neu gekommen bürgerkrieg vielleicht müssen wir dahin aber ich gehe erst mal hierhin zurück vielleicht haben wir hier noch irgendwas ansonsten werden wir erst mal die stadt wieder verlassen okay er hat gerade sehr lange geladen mal schauen haben wir hier noch irgendwas ebenso wie es nur eine welt ein leben und einen tod so gibt es nur einen gott und er ist unser erbauer diejenigen die ihre liebe falschen göttern schenken sind sünder haben wir in der tat noch etwas und zwar hierhin ja ich aha hier haben wir jetzt ja mehrere sachen okay schön dass ihr zurück seid brauchte noch was aus der taverne zum müden adeligen kommen beschwerden dass einige söldner dort eingedrungen sind es gab keine gewalt aber vermutlich stören die söldner die adeligen bei ihrer feinen konversation jagt das pack einfach dort hinaus die wirtin stört sich nicht an ein wenig blutvergießen oder sport wie sie es genannt hat der hauptmann meinte denn er im würde ein paar tote söldner nicht vermissen tut was ihr tun müsst und viel glück dabei die gemeinschaft der magier dankt euch möge der erbauer auf euch herab lächeln der unser hund ist wieder aufgestiegen zack zack und das hier etwas höher was ist das denn der hund stürzt sich auf seinen gegner und zerrt mit seinen mächtigen kiefer an ihm er ist eigentlich erfolgreich verursacht er automatisch einen kritischen treffer perfekt so ähm zur mythen ok das ist hier das heißt so ja gut das ist dann direkt hier hin bin ich jetzt richtig gegangen? und wenn wir jetzt direkt hier drauf hier her gehen müssten wir theoretisch direkt drauf zulaufen das müsste auch dann hier sein ja genau ich speicher hier vor mal eben ich bin jetzt schauen wir mal da rein äh hier soll es also hat man mit euch nicht schon mal was glotzt du so wir sind die roten Ruderer ihr seid ihr nicht erwünscht es gab beschwerden über euch beschwerden? wir haben jede menge geld und brechen keines eurer gesetze ich spucke auf deine beschwerden seht ihr? darum haben wir die wache gerufen die machen nur Ärger äh und ihr trinkt hier die Taverne bei den die Taverne und ihr trinkt hier die Taverne bei den Doxen still besser was genau haben sie was genau haben die angestellt das interessiert? sie starren meine Kunden an sie sind laut unhöflich und sie stinken ich muss euch bitten zu gehen sofort wir sind Veteranen vieler Schlachten wer bist du schon? ein grauer Wächter du Vogel hinter mir liegen hunderte von Toten ihr seid für mich nur eine Zahl ihr seid meine Zeit nicht ja hinter mir liegen hunderte von Toten ihr seid nur eine Zahl ich äh wir wollten gerade gehen Ruderer zu den Docks und tschüss bye bye auf Wiedersehen gehen die auch wirklich ok gute Arbeit wie ihr das Gesindel verjagt habt ja war ja auch wer bist du denn hi ok gut sonst haben wir hier nichts mehr darf ich mal hier durch komm mal hier noch was das ist eine Tür da kommen wir rein nein die ist zu was für ein Bild hier wartet mal ein Löw ist das ja keine Ahnung ist das ein Wolf ein Löw also auf jeden Fall greift der ein Reh oder Hirsch oder sowas an wenn ich das jetzt richtig gesehen habe dann mal hier zwei Hunde die in die entgegengesetzte Richtung schauen ok ach du was der gut das wäre erledigt das wäre erledigt dann können wir wieder gehen mal gucken ob der noch mehr hat der war hier hinten ach da steht er er hat sogar noch mehr dann wollen wir mal schauen noch was heißt denn hier enttäuscht dass es keinen Kampf gab hallo es geht doch ohne Blutvergießen ja ich schaue mal kurz auf die Karte ok sind das hier als Sachen wo wir warte mal wir gehen mal kurz da hin in die andere Richtung hier müssen wir was sind das für Sachen hier hinten wo sind die jetzt ok hier hier sind irgendwo hier das ist nicht meine Schuld wie ihr wünscht ja sie sollten lernen sich nicht mit mir mit uns anzulegen was ich meine er wird doch einfach verschwinden richtig ok nach der so dann haben wir ebenso wie es nur eine Welt ein Leben und einen hier beim Brunnen dieser Ort ist so gut wie jeder andere für Moment nochmal dieser Ort ist so gut wie der andere dafür geeignet einen Leichnam loszuwerden er wird nur er wird nur ein weiterer Sack mit Müll sein der aus der Stadt gespült wird wie Schild guckt ok das war das hier steht noch jemand hallo und nach all dem Schweiß dem Blut und den Qualen war ihr Werk vollendet und die Welt bestaunte ihre Schöpfung bitte was derzeit ist keine Quest verfügbar ja ok weg gehen gut ähm ja das hier ist der komische Typ kann ich jetzt mir die komplette Karte oh na gut das ja ich glaube wir werden die Stadt gleich erstmal verlassen wieder ja hier wollte ich hier wollte ich nicht hin hier sind alles nur Schlachtfälle ne wir werden mal wir gehen mal kurz ins Lager damit unsere ganzen Verletzungen geheilt werden hoppala so ok und jetzt gehen wir möchte dass wir die Truppe sammeln ja scheele kommt mit und mit krieger schurke wir sind auch ein schurke krieger krieger haben wir mit dem eigentlich schon schurke level wir nehmen die mal mit das Tablet mal hier und nehmen wir den wir nehmen die mal mit so und jetzt gehen wir mal hier hin das ist neu mal gucken ob wir da ankommen oder ob uns vorher wieder irgendwas in den Weg springt natürlich soll ich mal raten Wölfe das sind keine Wölfe scheiße wo ist unser Hund da habe ich alle angriff zack was drauf haut jawohl wo was wollt ihr von mir ach wollte da drauf wir können nichts mitnehmen wir müssten eigentlich mal zurück äh wir müssten eigentlich mal zurück nach nach hier oben und wieder ein paar Sachen Grundgütiger da sind wir gerade noch mal rechtzeitig gekommen zack so perfekt so hierüber okay wow der lebt noch Glück gehabt nein Lugan kannst du vergessen so und keiner sagt was dass wir denen geholfen haben sind die dank weil gucken was was ist noch so alles mitnehmen können hier ich bin erfreut in ordnung ja okay wir gehen jetzt hier hoch damit wir erstmal wieder ein bisschen platz in unserem inventar haben und dann ja muss ich mal gucken wo ich als nächstes hingehe langsam gehen mir irgendwie die optionen aus okay das brauchen wir nicht auch noch nicht aber warte mal ich muss mal eben was gucken so für sie vielleicht was besseres hier ja das ist schon mal besser so das kriegst du dann ich gehe mal so hier jetzt vielleicht noch besser wir brauchen irgendwie Helm Handschuhe und vernünftige Schuhe für die müssen wir mal gucken was wir da so haben und weg das ist eine Rüstung hier erstmal können wir uns später immer wieder holen könnte nur benutzen kann ich nicht weglegen hä ist die Truhe jetzt voll oder was ist meine Truhe voll aber wie soll ich das verstehen ok wartet mal wir brauchen noch schuhe für die erstmal hier handschuhe unnötigt 36 stärke ok ich weiß gleich was die für werte hat moment mal so kann ich das jetzt nachgucken ja ah moment sie kann ja hier oh 15 15 punkte na gut stärke auf 20 die klugheit 20 das auf 20 und ja stärke hat es 22 geschicklichkeit 23 ok weiter drei stück haben wir hier das weiter ich weiß jetzt nicht wir machen das hier mal voll bei ihr hier die Bogenschütze na schuhe und einen helm den kann sie nicht oh wir haben ok dann kriegt sie den helm weil einen anderen haben wir nicht schuhe schuhe stärke 26 kann sie gar nicht tragen was was magia 22 können sie tragen was war das jetzt ist kann sie nicht sowieso hab ich die konnte gerade nicht abwägen jetzt geht war tatsächlich ist tatsächlich meine truhe voll das wäre aber nicht gut das fände ich gar nicht gut ja ist einfach nur ring soll ich mit dem normalen ring bitte mit so habe ich gerade gar nicht na gut wir haben ja ein bisschen platz frage ist aber wo müssen wir jetzt hin noch mal hier hin vielleicht ich muss irgendwas übersehen haben weil irgendwie ich weiß nicht mir gehen die möglichkeiten aus wo ich hin könnte ok hier da ist wieder was hier leuchtet was hier gibt's offensiv speichern moment mal was denn hier ist passiert wir waren nur kurz weg ja der der Typ ist klar ebenso wie es nur eine Welt ein Leben und einen Tod gibt so gibt es nur einen Gott und er ist unser Erbauer diejenigen die gesegnet seien die Hüter des Friedens die Kämpfer für die Gerechtigkeit was es wird keine Nachspeise erwähnt das ist was so das war das hier ja das haben wir das ja ok ich hab hier genau da schon wieder was bei den Magiern äh alle Menschen sind das Werk des Erbauers vom niederssten Sklaven bis hin zum höchsten König ja 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 schon wieder hi hier ist ein kleiner Bonus als Zeichen der Freundschaft danke das reden wir mal mit dem Typ der hier vorne rum steht vielleicht hat der ja noch irgendwas schön euch zu sehen Wächter ihr setzt euch zu wehr was kennt ihr ein paar Orte wo ich würde euch gerne einige Fragen stellen Könnt ihr helfen ins Palast Viertel zu kommen die königliche Wache würde euch sofort bemerken das Palast Viertel liegt auf einem hohen Berg mit steilen Hängen es gibt nur einen Weg dort hinein und genauso mögen sie es kennt ein paar Orte Ich hoffe das ist es wert Arl Hau nutzt von Zeit zu Zeit ein Lagerhaus im Markt Viertel Es heißt der Arl habe sich aus der Schatzkammer der Stadt bereichert und heimlich Silberbaren in sein Anwesen in 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 Lagerhaus liegt zurzeit ein Vermögen und wenn ihr Erfolg habt ist das ein empfindlicher Verlust für Arl Hau aber es wird dort vor Wachen nur so wimmeln und es werden keine trägen Hafen Wachen sein Ich bin im Allgemeinen nicht dafür jemanden zu töten Aber der Arl hat die Männer Hand verlesen und es wird unmöglich sein heimlich vorzugehen Also viel Glück Okay Ah ja das haben wir doch schon gemacht Eine Handvoll Silber Ist das das verlassene Lager das verlassene Haus Wo ist denn das jetzt Schatzkammer der Stadt gestohlen Na gut Ich würde sagen Darum kümmern wir uns beim nächsten Mal Für heute war es das Wo stellen wir uns hin Hier in Schatten Blendet die Sonne nicht Und ich erst mal bis dann und Ciao